Musik Einen wunderschönen guten Morgen, guten Abend, guten Tag, gute Nacht und was es sonst alles für Tageszeiten gibt. Willkommen zu einem weiteren Tavern Talk. Heute widmen wir uns mal der wichtigen Frage, wie es nun weitergeht mit Shadowlands und generell mit WoW, nachdem Patch 9.1 nun bereits seit einem Monat online ist. Würden wir nun eine normale WoW-Erweiterung haben mit einem normalen Patch-Zyklus, mit einer halbwegs positiv gestimmten Community und so weiter, wäre diese Frage zu beantworten, glaube ich, relativ einfach. Denn, ja, hey, wir warten auf den nächsten großen Konto-Patch 9.2 und dann gibt es noch 9.3 und zwischendurch noch die Small-Patches 9.x.5 und wir kriegen noch mindestens zwei Rates und noch viele kleinere Features. Vielleicht überrascht uns Blizzard auch noch mit ein paar cooleren Neuheiten, die bisher gar keiner auf dem Plan hatte, aber nein, wir befinden uns in einer sehr, sehr komischen Situation. Ich denke, es ist kein Geheimnis, dass ich sehr, sehr stark davon ausgehe, dass es nur noch einen Patch 9.2 geben wird. Derzeit stelle ich mir auch immer wieder die Frage, ob es denn 9.1.5 noch zumindest geben wird und meine Antwort bisher ist eher nein, aber ich weiß es nicht. Es könnte sein, das wird dann aber wirklich ein kleiner Small-Patch, nehme ich an und keiner, der irgendwie mit BFA und Legion vergleichbar ist. Doch das steht auf jeden Fall in den Sternen. Für mich ist nur sehr klar, es wird nur noch Patch 9.2 als großen End-Patch geben. 9.3 kann man definitiv vom Plan streichen. Ich habe das schon in der Vergangenheit öfters mal erläutert, wieso ich das denke. Hier nochmal zusammengefasst. Erstens, es gibt Pi mal Daumen etwa alle zwei Jahre eine neue Erweiterung für WoW und an diesem Plan wird sehr wahrscheinlich festgehalten, weil der Release eines neuen Add-Ons immer der größte Geldregen überhaupt für Activision Blizzard ist, weil Spieler müssen das Add-On kaufen, also irgendwie um die 30 bis 50 Euro bezahlen, plus vielleicht noch Collectors Editions, die noch mehr kosten, nämlich um die 200 Euro heutzutage. Dann reaktivieren alle ihr Abo für den Pre-Patch und dann halten sie das Abo auch wahrscheinlich noch so für ein, zwei, drei Monate aufrecht für den ganzen neuen Content in der Erweiterung. Also zu diesem Zeitpunkt sind immer die meisten Spieler unterwegs und es kommen sehr viele zurück. Es ist deshalb auch immer keine Überraschung, dass wenn ein neues WoW-Add-On rauskommt, neue Rekorde geschrieben werden mit das am schnellsten verkaufte Computerspiel überhaupt und das am besten verkaufte WoW-Add-On überhaupt und stark gestiegene Abonnentenzahlen etc. 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 Im Laufe eines Add-Ons sinken die Zahlen logischerweise, weil der Release-Hype vorbei ist. Die Leute, die immer nur den Anfang eines neuen Add-Ons spielen wollen, die sind dann halt schon lange weg. Dann gibt es ja auch die Spieler, die nur zu einem neuen Patch zurückkommen und dann ihr Abo für ein bis zwei Monate reaktivieren. Und die Spieler, die wirklich permanent ihr Abo am Laufen haben, um die ganze Erweiterung lang immer wieder zu spielen, sind sehr wahrscheinlich die Minderheit. Was ein bisschen komisch ist bei einem Abo-finanzierten MMO, was halt davon lebt, dass es die Spieler bei der Stange hält und dadurch halt Abo-Kosten eingenommen werden. Aber wir wissen ja auch heutzutage schon sehr gut, dass sich WoW durch viele andere Sachen auch über Wasser hält, nämlich vor allem durch Merchandise-Verkäufe. Ich denke, es ist jedem aufgefallen, dass im Verlauf der letzten Jahre sehr, 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 sehr viel Merchandise immer herausgekommen ist, auch was neue Bücher angeht und so weiter. Damit wird auf jeden Fall auch einiges an Geld geschäffelt. Außerdem das WoW-Token gibt es ja auch, womit Blizzard quasi mehr Geld verdient als mit dem normalen Abo. Und dann haben wir natürlich auch noch diese schönen sechs Monats-Abos, die ja seit, ich glaube jetzt Anfang BFA war das, ne? Ja. Seit Anfang BFA immer alle fünf bis sechs Monate wieder rauskommen mit diesem Bundle, dass man einen Mount noch zusätzlich geschenkt bekommt, was natürlich dafür sorgen soll, dass Spieler sich verpflichten, sechs Monate lang quasi ein Abo zu bezahlen, auch wenn sie nur zwei bis drei Monate spielen. Aber man denkt sich, hey, ich bekomme da ja auch ein gratis Mount zu und so weiter, also hole ich mir das. Das ist ja aktuell auch eine beliebte Taktik, um die Leute zu binden. Dass das immer noch gut funktioniert, sieht man ja auch sehr gut an den Earnings-Calls, die quartalsweise abgehalten werden, wo es so ein paar Zahlen gibt. Da sieht man nämlich, dass die monatlichen aktiven User von WoW zwar sinken, aber die Einnahmen steigen. Was ja ein bisschen unlogisch ist. Erst einmal, wenn man nur die Abo-Kosten zumindest im Kopf hat, aber die Abo-Kosten machen eben nur einen Teil der Gesamteinnahmen aus. Lange Rede, kurzer Sinn, damit die Chefetage bei Activision Blizzard glücklich ist und im Geld schwimmen kann, möchte man natürlich den Zwei-Jahres-Zyklus für neue WoW-Addons beibehalten, weil eben dann immer das Geld reinfließt wie sonst was. Der zweite Grund, wieso ich davon ausgehe, dass 9.2 der letzte große Patch sein wird, ist die Story in Patch 9.1. Man merkt wirklich sehr gut, dass etwas an der Struktur von Shadowlands geändert wurde. Der mal geplante Patch-Ablaufplan wurde garantiert geändert. Denn wir haben ja jetzt diese zusammengefasste Kampagne für alle Packte und dort passiert einfach zack, 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 super mega viel. Man hat das Problem, dass wenn man nicht alle Pack-Kampagnen gespielt hat vom Release, man an einigen Stellen gar nicht weiß, wieso das und das jetzt überhaupt passiert ist und wieso der und der Charakter dort steht. Während der Entwicklung von Patch 9.1 hat sich die Kampagne sogar noch an einigen Stellen öfters mal geändert. Auf einmal gab es mehr Kapitel, ganz am Ende wurde nochmal ein komplett neues Kapitel eingefügt. Also alles in allem war die Story quasi so ein bisschen im Umbruch und die Entwickler mussten auch so ein bisschen justieren, wie sie das jetzt sortieren und was sie da alles zeigen werden in Patch 9.1, weil sie sehr wahrscheinlich auch Geschichten von zukünftigen Patches mit dort eingefügt haben, um das alles direkt zusammenzufassen, weil sie halt selbst wussten, okay, wir schaffen es nicht mehr, mehrere Patches rauszubringen, um die Geschichte in einem annehmbaren Tempo zu erzählen. Deswegen hauen wir jetzt sehr viel mehr raus, als eigentlich geplant war. Ich gehe weiterhin sehr stark davon aus, dass wir eigentlich erst in Patch 9.2 hätten das Sanktum der Herrschaft als Raid bekommen sollen, wo sich dann der Kerkermeister befreit und so weiter und so fort und das dann eben halt in Patch 9.3 übergeht mit dem Grabmal der ersten etc., weil es einfach viel zu schnell ist. Ich meine, wir hatten den Release-Content, da haben wir erstmal die Gefahren kennengelernt und so weiter und direkt im nächsten Patch befreit sich der Kerkermeister, bekommt alle Siegel und alles auf einmal. Das hätte, glaube ich, jeder Story-Schreiber ein wenig in die Länge gezogen, um es halt vernünftig zu erzählen, aber das ging offenbar nicht. Und wer nun denkt, naja, aber vielleicht war das auch immer schon so geplant, dass man zum Release diese geteilten Pack-Kampagnen hat und dass es dann danach weitergeht mit einer allgemeinen Kampagne, gehe ich nicht von aus, denn während der BlizzCon damals 2019, als das Ganze vorgestellt wurde und auch in Interviews danach wurde halt gesagt, dass die Pack-Kampagne eben vergleichbar mit der Kriegskampagne ist oder mit den Klassenkampagnen aus Legion und dass sie eben halt die ganze Erweiterung lang weitererzählt werden, was ich jetzt halt einfach nicht so empfinde, denn wir haben jetzt quasi eine neuartige Kampagne. Es ist nicht mehr die Pack-Kampagne für den Pakt, sondern es ist jetzt eben halt diese allgemeine Kampagne. Alles in allem bin ich übrigens froh, dass sie mit den ganzen Verschiebungen und Umstrukturierungen trotzdem darauf geachtet haben, dass sie alles halbwegs so erzählen, wie sie es vielleicht mal geplant hatten, nur eben halt in einem sehr schnellen Tempo, weil es wäre sehr viel blöder gewesen, wenn sie dann einfach Dinge komplett rausgelassen hätten, wobei das natürlich auch sein kann, wir wissen ja nicht, ob irgendwas fehlt, so wie es eben halt in VOD gemacht wurde, wo ja diese komplette Storyline mit dem Shatrad-Raid, mit Irel und irgendwelchen Geheimnissen und was es da noch so alles gab, das wurde ja alles entfernt, aufgrund dessen, dass man gesagt hat, wir stampfen VOD frühzeitig ein. Das wurde in Shelllands jetzt offenbar zumindest nicht gemacht. Naja, und alles in allem, wenn man sich mal die Frage stellt, was wäre besser, ein Patch 9.3 oder ein neues Add-On? Ich denke, wir sind an einem Punkt angekommen, wo man sich die Argumentation sparen kann, dass das doch unschön für die Spieler ist, wenn sie dann so lange warten müssen und so wenig Content bekommen, weil es dann dauert, bis das nächste Add-On fertig ist, weil wir hatten jetzt diese ewig lange Wartezeit auf Patch 9.1, nämlich sieben Monate. Die Stimmung der Community, soweit ich es interpretieren kann, ist nicht die beste, was diese Erweiterung angeht und ich habe jetzt schon wirklich oft gelesen und gehört, dass man sich wünscht, dass das einfach wieder vorbei ist, dieses Add-On und es mit dem nächsten weitergeht und Blizzard da halt zeigen kann, wie es richtig läuft. Das ist jetzt, wie gesagt, nur eine Interpretation von dem, was ich so gelesen und gehört habe. Das ist nicht die allgemeine Meinung, es sind halt wie immer nur die lauten Stimmen, aber auch ich, der ja Shadowlands wirklich sehr stark gefeiert hat zum Release, der da Bock drauf hatte und so weiter, aus diversen Gründen, habe ich ja schon oft genug gesagt, denke nun langsam auch, dass es wohl besser wäre, dieses Kapitel abzuschließen. Ich will nicht alles auf Corona schieben, aber Corona hatte sicherlich einen unglaublich starken Einfluss darauf, was mit Shadowlands passiert ist, die ganze Wartezeit. Dazu kommen dann eben halt auch noch sehr viele fragliche Designentscheidungen der Entwickler, womit Corona auf jeden Fall nichts zu tun hatte. Dann war ja auch die Stimmung der Community generell nicht gerade positiv, weil eben halt gerade BFA hinter uns lag und BFA bei vielen auch nicht gut angekommen ist. Und diese Mischung hat dazu geführt, dass Shadowlands zu einer weiteren TAC-Erweiterung geworden ist, was den Zyklus der Tic-Tac-Erweiterungen komplett zerstört hat. Was meine ich damit? Ich denke, die meisten kennen diese lustige Theorie, dass die WUW-Erweiterung quasi einem ungewollten Tic-Tac-Muster folgen, also wie bei so einer Tic-Tac-Uhr. Tic ist dabei eine sehr gute Erweiterung und TAC ist dabei eine, ja, nicht ganz so gute Erweiterung. Das kann man halt seit WUTLK quasi sehen. WUTLK, Tic, gut. Cataclysm, TAC, nicht so gut. Mr. Pandaria, Tic, gut. WOD, TAC, nicht so gut. Legion, Tic, sehr gut. BFA, TAC, nicht gut. Und jetzt hätte eigentlich eine weitere Tic-Erweiterung kommen müssen, um wieder die Community positiv zu stimmen und alles ist toll und yay, WUW spielen. Aber ich denke, wir können hier ganz klar sagen, dass Shadowlands auch leider Gottes in der Allgemeinheit eine TAC-Erweiterung geworden ist. Ich würde sehr, sehr gerne wissen, wie der eigentliche Plan für Shadowlands gewesen ist, bevor man gemerkt hat, dass durch Corona alles zerstört wird. Denn ich glaube immer noch, mal abgesehen von diversen Designentscheidungen und von dieser Expansion der Story in den Kosmos komplett weg von dem, was WUW eigentlich mal ausgemacht hat, wäre Shadowlands echt eine gute Erweiterung geworden. Speziell beim Thema Torgas, denke ich mir nämlich, hätten sie mehr Zeit gehabt, mehr Ressourcen und wäre man nicht sowieso schon vollkommen hinterm Zeitplan gewesen und man musste sich um Patchen 100.1 kümmern und überhaupt, hätte man sehr wahrscheinlich viel besser kommunizieren können mit der Community, viel besser darauf eingehen, was jetzt nicht so gut läuft in Torgas, wie kann man es verbessern, so wie sie es eben halt auch damals mit den Azerid-Essenzen und mit Insel-Expeditionen und Kriegsrunden versucht haben zu machen, auch wenn das auch nur so zur Hälfte dann gut funktioniert hat, aber sie hätten frühestmöglich eingreifen müssen, schauen, was man verbessern kann und das dann mit dem eigentlich geplanten Patchen 9.1 bringen müssen. Und wenn man sich mal anschaut, was wir in 9.1 jetzt mit Torgas bekommen haben, an neuem Content wirklich, ist es eigentlich nur das Adamant-Gewölbe und halt da die paar neuen Ebenen für die Korridore, die man sowieso schon kannte. Ich glaube, dass für Torgas viel, viel mehr geplant war, es gab so viele coole Ideen auf einer Community, wir haben damals relativ viel darüber erzählt, was man alles mit Torgas machen könnte, die Entwickler haben auch gesagt, dass es viele Möglichkeiten gibt und dass sie viele Pläne haben, davon sieht man jetzt aber leider so gar nichts. So, jetzt bin ich auch komplett weg von dem, worauf ich eigentlich eingehen wollte. Ich habe nur die ganze Zeit irgendwelche Gründe dafür genannt. Alles in allem halte ich es für besser, wenn sie sich auf die nächste Erweiterung fokussieren. Patchen 9.2 sollte natürlich noch einiges an Content bieten und nicht einfach nur dahin geklatscht werden, aber dennoch sollte man sich dann an die Arbeit machen, um das nächste Add-on wieder zu einem Tick-Add-on werden zu lassen. Auch wenn es dann wieder länger dauert, bis es weitergeht mit dem nächsten Content, aber im Endeffekt sind wir daran ja auch schon längst gewöhnt. Ich meine, früher war es fast Standard, dass man um die 9 bis 12 Monate aufs nächste WoW-Add-on gewartet hat. Durch Patch 9.1 wissen wir ja sowieso wieder, wie sich Wartezeit in WoW anfühlt. Ich denke, sie würden sich echt einen Gefallen tun, wenn sie jetzt einfach darauf scheißen, dass Sherylance nicht so geworden ist, wie es eigentlich hätte werden sollen und dafür die komplette Manpower reinfließen lassen in ein sehr gutes Add-on. Natürlich hat man auch so eine gewisse Chefetage im Nacken sitzen, die wahrscheinlich eher Quantität anstatt Qualität geliefert haben möchte. Das ist dann noch ein ganz anderes Thema. Ich glaube, das lasse ich jetzt auch komplett außen vor, was sicherlich so ein bisschen töricht ist, aber wenn man sagt, Blizzard kann sowieso keine gute Qualität mehr abliefern, weil die ganze Zeit gewisse Leute da reinfunken, die einfach nur Geld, Geld, Geld sehen wollen, dann kann man das hier ehrlich gesagt auch komplett sein lassen, weil dann braucht man sich auch nicht darüber zu unterhalten, wie es besser werden könnte, weil es dann auch nicht besser werden kann. Was ich mich ja im Moment auch so ein bisschen frage ist, ob der aktuell sehr stark steigende Konkurrenzkampf nun eine tragende Rolle spielt bei der Kommunikation zwischen Blizzard und der Chefetage, wie ich es immer so schön nenne. Denn es ist ja schon logisch, man muss mit der Konkurrenz mithalten können, um weiterhin ein Produkt zu haben, was viele kaufen wollen, um eben halt gutes Geld zu verdienen. Wer in den letzten Wochen und Monaten nicht unbedingt nur unter einem Stein gelebt hat, der wird sicherlich wissen, dass Final Fantasy XIV aktuell einen wirklichen Boom bei den Spielerzahlen sieht, was sicherlich auch daran liegt, dass halt WoW so eine lange Wartezeit jetzt eben hatte auf Patch 9.1 und man sich dann halt auch mal umgeguckt hat. Zudem gab es halt sehr viele positive Berichte darüber, dass man sich doch jetzt Final Fantasy mal wieder anschauen sollte, weil sich da halt eben viel getan hat und es ja auch jetzt bald wieder mit einem nächsten Add-on am Ende des Jahres weitergeht. Und auch viele große bekannte Streamer und Content Creator auf einmal über Final Fantasy berichtet haben. Dazu kommt dann ja auch noch, dass zum Beispiel New World demnächst erscheint, dann endlich mal wieder ein westliches MMO-RPG, was sicherlich nicht das krasseste MMO-RPG aller Zeiten wird, meine Meinung. Aber es ist auf jeden Fall etwas Interessantes, was wieder Spieler abzwacken könnte, nämlich die Spieler, die einfach im Moment nicht so viel Bock haben auf Shadowlands, weil das im Moment halt alles leider nicht so ganz rund läuft in WoW. Plus eben die Spieler, die jetzt in Final Fantasy gerade ihren Spaß haben. Dann gibt es ja auch noch Ashes of Creation, was auch ein sehr ambitioniertes MMO-RPG ist, worauf viele ein Auge geworfen haben, was auch für WoW-Spieler wahrscheinlich interessanter sein wird als ein New World. Allerdings auch eher für die klassischen WoW-MMO-RPG-Spieler als die modernen WoW-Spieler. Trotzdem ist es ein Konkurrenzprodukt, welches nicht im Laufe dieses Jahres oder des nächsten Jahres erscheinen wird. Aber auch dort geht es halt im Moment los mit Alpha, später dann Beta. Und da kann man halt auch so langsam treue Fans mit verlieren. Zusätzlich bekommt Elder Scrolls Online ja auch immer wieder neue Erweiterungen und neue Patches. Guild Wars 2 stellt heute Abend übrigens ihre nächste Erweiterung vor. Wann diese erscheinen wird, das weiß man nicht. Vielleicht Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres. Man merkt halt, nachdem der MMO-RPG-Markt, vor allem der westliche MMO-RPG-Markt, muss man dazu sagen, so ein bisschen eingeschlafen war in den letzten Jahren, kommt auf einmal sehr, sehr viel. Neue Addons, neue große Patches, komplett neue Spiele. Und es wird langsam Zeit, dass sich Blizzard warm anzieht. Konkurrenz belebt das Geschäft, wie es immer so schön heißt. Und die Konkurrenz war für WoW in den letzten Jahren nicht unbedingt groß, was vielleicht der Grund dafür war, dass man sich auch nicht so viel angestrengt hat, was Neues zu bieten, weil man sich dachte, hey, die Spieler bleiben sowieso größtenteils bei uns, weil es tut sich aktuell nicht viel auf dem Markt. Also bleiben wir einfach bei dem, was wir können, machen hier und da ein paar Neuheiten, um vielleicht neue Spieler noch anzulocken. Aber wirklich große, fantastische Veränderungen im Spiel, ja, das können wir erstmal hinten anstellen. Leider ist ja noch immer so, dass es keine offiziellen Zahlen mehr gibt, wie viele Spieler WoW derzeit hat. Es gibt natürlich manchmal solche offiziellen Pressemitteilungen, wie zum Beispiel zum Release von Shadowlands, dass wir aktuell die höchste Anzahl der Spieler haben, die es im Verlauf der letzten 10 Jahre gab, wo man dann gucken kann, ja, wie war es denn in den letzten 10 Jahren? Ah, irgendwie 5 Millionen, also müssen wir jetzt wahrscheinlich irgendwo bei 5 Millionen sein, was jetzt übrigens gerade nur geraten war. Ich glaube, das war eher irgendwas im Bereich von 10 Millionen, was halt zum Release eines Add-ons sein kann, muss man dazu sagen, weil sich halt viele das dann holen und hoffen wieder darauf, dass es irgendwie mega cool wird und dass sich in WoW alles verändert hat. Da merkt man aber schnell, okay, es ist doch irgendwie das Gleiche wie immer, nur in einem neuen Gewand, deswegen hört man dann relativ schnell wieder auf. Wie vorhin schon gesagt, in den Earnings Reports von Activision Blizzard gab es in den letzten paar Quartalen, ist das die Mehrzahl? Keine Ahnung. Immer weniger monatlich aktive User, auch wenn der Umsatz halt gestiegen ist. Im März diesen Jahres gab es dann ja auch von dem Marktforschungsinstitut Superdata diese Statistiken, die es eigentlich jeden Monat gibt, welche Spiele die höchsten Umsätze haben, also die Top 10 der umsatzstärksten PC-Konsolen und Mobile Games, wo man halt gesehen hat, dass WoW nach dem Release von Sharelands, wo es eben halt auf Platz 1 war, relativ schnell wieder abgefallen ist und da wurde halt die Behauptung aufgestellt, dass die Einnahmen um 61% und die Nutzerzahlen um 41% zurückgegangen sind, wozu man halt sagen muss, dass das auch einfach nur Hochrechnungen sind. Das Marktforschungsinstitut weiß eben halt auch nicht, wie viele Spieler wirklich WoW spielen. Dennoch war es relativ interessant, sich dann mal im Vergleich die Zahlen von BFA anzuschauen. Und da war es nämlich so, dass BFA schneller Plätze verloren hat im Laufe seiner Lebenszeit als halt Sharelands. Allerdings gab es zum Release von BFA auch noch kein Classic, aber die Zahlen, die das Marktforschungsinstitut benutzt, die umfassen eben halt auch Classic, weil ja Classic und Retail ein Abo haben. Heißt im Umkehrschluss sehr wahrscheinlich, dass BFA und Sharelands in den ersten 5 Monaten ihrer Lebenszeit in etwa gleich performt haben. Und dann haben wir ja noch diese lustige Seite mmo-population.com. Die ist super geil. Da kann man nämlich genau sehen auf den Punkt, wie viele Spieler aktuelle Spiele so haben. Und diese Seite war vor einigen Wochen relativ groß in der Presse, weil sie nämlich errechnet hat, dass WoW auf einmal nicht mehr die meisten Spieler hatte, sondern Final Fantasy XIV. Das war für Seiten, die man sowieso nicht besuchen sollte, wenn man seriöse Informationen haben möchte, natürlich ein gefundenes Fressen, um in die Welt Clickbait-Artikel hinaus zu posten mit Titeln wie Platzhirsch WoW wurde entthrohend, WoW stirbt nicht mehr die meisten Spieler, Final Fantasy überholt WoW etc. etc. Was halt der komplette Bullshit ist, sich auf die Zahlen dieser Seite zu verlassen, denn ich lese euch mal kurz vor, wie diese Zahlen entstehen, die dort auf der Seite angezeigt werden. Durch die Kombination von sozialen Online-Aktivitäten, Sentiment-Tracking, was auch immer das bedeutet, öffentliche Statistiken, Rankings und mehr, schätzt mmo-population die Gesamtanzahl der Abonnenten, Spieler und aktiven täglichen Spieler für die Top-MMOs. Ernsthaft? Also ja, man kann diese Statistiken bestimmt benutzen, um ein gewisses Bild zu erschaffen, aber man kann doch nicht, jetzt mal ganz ehrlich, auf einer Seite schreiben, diese Spiele haben genau so viele Spieler und so viele sind da gerade eingeloggt und so viele haben heute eingeloggt und letzte Woche und letzten Monat und im Verlauf des letzten Jahres, ohne auch nur im Entferntesten zu wissen, wie viele Spieler das Spiel wirklich hat. Das ist halt so ein großer Haufen Mist und als dann alle angefangen haben, darüber zu berichten, habe ich mir einfach wieder mal nur die Tastatur ins Gesicht gehauen und mich gefragt, wie erbärmlich muss man eigentlich sein, um Klicks auf seiner Seite mit komplett falschen Informationen zu generieren. Aber naja, das ist auch wieder ein anderes Thema, wollte ich hier nur mal als Funfact zwischendurch mit reinbringen, um mich hart darüber aufzuregen. Nichtsdestotrotz, auch wenn diese Zahlen auf der Seite halt Gott weiß woher kommen und definitiv nicht genau stimmen, ist es natürlich interessant zu sehen, dass sie mit ihren komischen Berechnungen von 10 Millionen verschiedenen Statistiken ein Bild gemacht haben, welches aussagt, dass VOV offenbar weniger und weniger Spieler hat. Dann haben wir die Daten von Superdata, die aussagen, wie immer nach dem Release eines Addons geht es halt wieder nach unten und wir haben eben halt die Earnings Calls von Activision Blizzard, wo halt auch zu sehen ist, die monatlichen aktiven User sinken, auch wenn die Einnahmen ganz gut aussehen. So, und jetzt komme ich noch um die Ecke, Statistiken von unserer Seite, vom YouTube-Kanal etc., die aber natürlich überhaupt nichts darüber aussagen, wie viele Spieler jetzt irgendwie VOV hat, denn das ist ja schließlich nur der deutsche Bereich, den ich abdecke und auch nicht jeder deutsche Spieler schaut sich Videos von mir an und besucht die Seite. Aber ich finde, auch hier kann man ein sehr, sehr klares Muster erkennen, was ich gerne mit euch teilen möchte. Ich habe ja am Anfang des Jahres darüber berichtet, dass wir in der schönen Lage sind, dass die Zahlen von Venom.eu in den letzten paar Jahren, also eigentlich so etwa seit dem Release von BFA, beziehungsweise seit der Beta von BFA, ständig am steigen sind, was ja auf jeden Fall eine coole Geschichte ist. Aber man hat jetzt halt vor allem zum Release von Patch 9.1 gesehen, dass das Interesse von den Lesern gerade äußerst gering ist. Es gab natürlich wieder einen Boom an Aufrufzahlen, wie es halt immer so ist, wenn ein neuer Patch erscheint. Dieser Boom blieb aber tatsächlich für nur eine sehr geringe Zeit. Ich habe das da mal mit Zahlen von BFA zum Beispiel verglichen. Da war es halt so, dass wenn ein Patch erschienen ist, man meistens so ein Monat oder auch noch länger wirklich viel höhere Zahlen hatte, als es sonst bei normalen Leerlaufphasen der Fall war. Bei Patch 9.1 ist es halt so, dass diese Boom-Phase nur zwei Wochen anhielt und man ist jetzt schon wieder fast bei den Zahlen, wie vor Patch 9.1, die halt echt nicht gerade gut waren. Logischerweise, weil lange Wartezeit, kann man niemandem irgendwie was vorwerfen. Besonders krass finde ich es aber auf YouTube. Zum Patch gibt es ja von mir immer diese Facts-Videos, Battlefacts zu BFA, Shadowfacts zu Shadowlands und da ist mir tatsächlich ein bisschen, ja, was heißt mulmig geworden? Ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken möchte. Ich war auf jeden Fall stark überrascht, denn das Faktenvideo, also das allgemeine Faktenvideo zum Beispiel zu Patch 9.1, ich glaube, das hatte 50 Fakten oder so, das hat zum aktuellen Zeitpunkt ungefähr 25.000 Aufrufe und im Vergleich dazu, die Faktenvideos zu den Patches in BFA, die hatten halt um die 50.000 Aufrufe nach mehreren Wochen und auch die einzelnen Faktenvideos zu speziellen Features in Patch 9.1 jetzt zum Beispiel, zu Korthia und dem Schlund oder zu Torgast, die haben unter 10.000 Aufrufe, was im Vergleich zu BFA echt wenig ist, denn dort hatten solche Videos 15.000, 20.000 oder auch manchmal 50.000 Aufrufe. Und wie gesagt, wir reden hier über BFA, ein Addon, was auch nicht gerade sehr beliebt in der Community war. Leider kann ich das nicht mit Legion vergleichen, weil damals hatten wir diese ganzen Videos und alles noch nicht. Das würde mich jetzt brennend mal interessieren, aber das gibbelt halt leider nicht. Naja, und am krassesten finde ich es eigentlich bei den Raidguides, die wir jetzt seit BFA standardmäßig immer anbieten. Dort ist es nämlich echt erschreckend zu sehen. Die Raidguides waren immer die Videos im Laufe eines Addons, die eigentlich immer so die meisten Aufrufe gesammelt haben, was ja auch relativ logisch ist, weil Raidkämpfe, da schauen sich die meisten halt vorher ein Video zu an. In BFA hatten durchschnittlich die Raidguides um die 60, 70, auch gerne mal 100.000 Aufrufe, je nach Boss. Manchmal gab es da auch so ein paar Bosse, die auf einmal nur so 30, 40.000 Aufrufe hatten, weil die offenbar ziemlich einfach waren. Und jetzt im Sanktum der Herrschaft, nachdem das Ganze seit drei Wochen gespielt werden kann, hat das Video mit den meisten Aufrufen gerade mal 27.000. Und das ist wirklich bitter. Die meisten Bosse haben sogar unter 10.000 Aufrufe. Natürlich wird das im Laufe der Zeit noch höher, weil dann die Leute anfangen heroisch zu raiden und sich dann nochmal Raidguides anschauen. Das ist mir vollkommen bewusst. Ich habe mir aber natürlich auch den zeitlichen Verlauf mal im Vergleich angeschaut. Das kann man ja netterweise durch die schönen Statistiken bei YouTube. Und da konnte man halt sehr gut sehen, dass die meisten Bossguide-Videos vor allem am Anfang sehr viel geklickt wurden und dann im Laufe der Zeit halt immer mal mehr. Und bei den Shadowlands Raidguides-Videos jetzt, also die vom Sanktum der Herrschaft, sieht man das halt überhaupt nicht. Da ist die Klickrate halt wirklich niedrig. Mir ist vollkommen bewusst, dass auf dem Kanal in diversen Videos, vor allem in Tavern-Talks, immer eher eine negative Stimmung zu hören ist. Und man liest hier und da auch mal ein Kommentar von Leuten, ja, ich deabonniere dich jetzt, weil du bist immer so negativ. Aber alles in allem kann ich sagen, dass die Abonnementzahlen des YouTube-Kanals von Venim.eu jetzt nicht dramatisch gesunken sind. Man hat gemerkt, im Laufe der Zeit zwischen Release von Shadowlands und jetzt Patchenrend.1 hat man tatsächlich einige Abonnements verloren, was sehr wahrscheinlich eher an WoW und weniger an unserem Content lag. Und ich glaube auch nicht, dass es bei den Fakten-Videos und speziell bei den Raidguide-Videos jetzt irgendwie einen starken, qualitativen Unterschied zu den bisherigen Videos gab, der irgendwie negativ aufgenommen werden konnte. Ich glaube, wir machen immer noch sehr guten Content bei solchen Informationsvideos. Vor allem die Raidguides, muss ich mal dazu sagen, die sind alle vom Live-Server aufgenommen worden, weil ich nämlich damals, als die PTR-Tests für das Sanktum der Herrschaft waren, keine Zeit hatte, um daran teilzunehmen, weil wir da gerade unseren Welpen bekommen haben und es eben halt mir nicht möglich war, drei Stunden lang am PC zu verbringen, ohne dass ich nachher alle Täppchen säubern muss und den Boden wischen, weil überall kleine Pipi-Pfitzen herumliegen. Naja, und deswegen sind die Bossguides, die wir jetzt haben, echt die aktuellsten, die wir jemals hatten, mit aktuellen Fähigkeiten, mit den aktuellen Animationen, mit aktuellen Mechaniken, wobei es glaube ich bei zwei Videos nochmal Fehler gibt, aufgrund von PTR-Infos, aber im Vergleich zu den früheren Bossguide-Videos, wo es echt oftmals Fehler gab, weil da eben halt noch veraltete Infos vom PTR drin waren, sind die, die wir jetzt haben, halt wirklich super aktuell. Lange Rede, kurzer Sinn, ich glaube nicht, dass es an der Qualität des Contents liegt, sondern einfach daran, dass sich halt derzeit echt wenig Leute für WoW interessieren und sie dementsprechend auch nicht diese Videos schauen. Und das alles, diese ganzen Statistiken von anderen Quellen und jetzt meine eigenen persönlichen Statistiken sagen mir halt, derzeit ist echt die Luft raus, was WoW angeht bei den Fans. Also zumindest bei vielen Fans. Nicht bei allen, sondern bei vielen. Und wieso erzähle ich das jetzt eigentlich alles? Um natürlich darauf zu sprechen zu kommen, dass es für Blizzard höchste Zeit wird, etwas zu ändern, da es sonst weiter bergab geht. Wir waren definitiv noch nie auf diesem, ja, Stand des Interesses an WoW und wahrscheinlich auch den niedrigen Spielerzahlen, auch wenn wir sie nicht kennen. Aber man kann davon ausgehen, dass sie nicht gerade hoch sind, vor allem wenn man dann auch noch Classic dabei herausrechnet. Und das ist irgendwie alles ganz schön scheiße. Gut, kommen wir zur anfangs gestellten Frage zurück. Was passiert nach Shadowlands? Was kann man erwarten? Eine wirkliche Antwort kann ich euch darauf nicht geben, denn es steht halt komplett in den Sternen, in welche Richtung sich Blizzard oder speziell das WoW-Team nun bewegen wird. Wir werden spätestens zur BlizzConline 2022, die sehr wahrscheinlich wieder im Februar oder irgendwann im März stattfindet, die finale Antwort bekommen, wenn nämlich dann die nächste Erweiterung vorgestellt wird, wovon ich hundertprozentig ausgehe. Doch man kann ja zumindest darüber reden, was man sich wünschen würde, in welche Richtung es geht. Der Optimalfall, wie es laufen könnte, den hatten wir ja schon mal, nämlich durch Legion. War of the Draenor hat nicht geklappt, das wurde vorzeitig beendet. Dafür wurden sehr viel mehr Ressourcen für die Entwicklung von Legion freigelegt. Man hat ewig lang auf das Add-on gewartet, aber als es dann da war, wurde es wirklich sehr stark abgefeiert. Unglaublich viele neue Features, eine neue Klasse, die Artefaktwaffen, sehr viel RP und generell ganz viele Neuheiten und nicht einfach nur der Ausbau von bereits bekannten Systemen oder der Umbau von bekannten Systemen, sondern eben halt viele neue Ideen. Auch wenn die jetzt vielleicht nicht komplett neu waren, sondern sie wurden aus anderen MOs genommen oder von Diablo oder was weiß ich, aber es geht halt darum, dass viele Neuheiten vorhanden waren. Eine Geschichte, die sehr viele interessiert hat, wurde weitererzählt, nämlich die der brennenden Legion und das hat für ein sehr großes Interesse gesorgt. Legion ist nicht die beliebteste Erweiterung bei jedem, aber sie ist halt sehr gut angekommen. Im Gegensatz zu Cataclysm, War of the Draenor, BFA und Shadowlands. Dabei hat man dann auch schnell vergessen, dass man ewig lange auf diese Erweiterung warten musste und dass es davor eine Erweiterung gab, die halt leider nicht gut war. Bedeutet also, ja, es ist immer möglich, dass Blizzard das Ruder nochmal rumreißt, wenn sie denn ein entsprechendes gutes Produkt abliefern. Die Problematik ist jetzt allerdings, dass ich glaube, dass der generelle Zeitplan vom WoW-Team komplett brach liegt. Wir wissen natürlich immer nicht, wie so genau das ausgesehen hat, aber es ist wohl ganz klar, dass während ein Add-on aktiv ist, bereits an dem nächsten Add-on gearbeitet wird. Anders geht es ja auch gar nicht. Das heißt, ein Team kümmert sich um die Patch-Inhalte von zum Beispiel WoW Shadowlands, während das andere Team bereits an WoW 10.0 arbeitet. Vor allem, was das Design angeht, also Zonen, Gegner, Modelle, Animationen, von mir aus auch vielleicht schon Musik, das generelle ganze Cinematic-Zeug, die Story und was da noch so alles zugehört. So Dinge wie Klassenänderungen, neue Systeme, neue Features, was also der wirklich stark programmiertechnische Aufwand, der kommt erst relativ spät in den Fokus. Das merkt man auch immer sehr gut, wenn eine neue Erweiterung vorgestellt wird. Da sieht man halt immer sehr viel Design-Gedönse, aber wenn es um richtige Informationen zu Neuheiten geht, da hört man dann öfters, ja, das ist noch in der Konzeptphase, daran arbeiten wir noch, so stellen wir es uns aktuell vor. Und auch wenn die Beta startet, ist ja nicht sofort alles verfügbar, es kommt nach und nach rein. Man merkt natürlich auch noch, dass sich Dinge im Laufe der Beta stark verändern, weil sie auch weiterentwickelt werden. Das ist ja nicht alles sofort fertig. Nun gibt es aber ja leider, bereits seit BFA, starke Verzögerungen bei den Arbeiten an WoW. Erst einmal hatten wir ja in BFA das Problem, dass viele Features nochmal general überholt werden mussten. Das wurde ja auch immer in Interviews gesagt, dass sich Patch 9.2 ja deshalb so ein bisschen verzögert hat, weil man ja das ganze System der Azerit-Essenzen und die Änderungen an den Insel-Expeditionen sowie an den Kriegsfronten so nie geplant hatte. Das kam quasi nachträglich alles mit auf den Contentplan drauf. Dann wurde Shadowlands auf der BlizzCon 2019 vorgestellt und da hatte man ja auch schon das Gefühl, okay, irgendwie sind sie noch in einer sehr frühen Entwicklungsphase, weil es wurde sehr wenig gezeigt und es wurde noch mehr als sonst nur über Konzepte geredet. Und das wissen wir noch nicht, darauf haben wir noch keine Antworten, das müssen wir uns nochmal anschauen. Ihr erinnert euch da vielleicht noch dran und die Beta von Shadowlands, die ist ja auch relativ spät gestartet, beziehungsweise die Alpha. Ja und dann kam Corona und ich glaube, das hat dem Zeitplan, falls überhaupt noch einer existierte, den Rest gegeben. Homeoffice, viele Umstellungen und noch mehr Verzögerungen. Shadowlands wurde verschoben, auch wenn nur um einen Monat, aber schon allein diese Verschiebung hat halt gezeigt, sie müssen da noch so viel dran machen, dass sehr wahrscheinlich die Teams, die eigentlich schon am nächsten Addon arbeiten würden oder von mir aus auch nur am Patch-Content, im Moment immer noch mit dem Release-Content zu tun haben und das eben halt bedeutet, dass alles, was danach kommt, auch noch sich weiter verzögert und das haben wir ja an Patch 9.1 sehr, 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 sehr gut gesehen. Lange Rede, kurzer Sinn, ein zweites Leachen ist nicht möglich, weil der Zeitplan ist sowieso schon zerstört und man gibt Shadowlands nicht einfach so auf, sondern man versucht es halbwegs vernünftig zu beenden, anders als halt damals Warlords of Draenor. Heißt also, entweder sagen sie, naja, wir haben nun weniger Zeit für das nächste Addon, damit müssen wir jetzt leben, dann packen wir da weniger Features rein, was wahrscheinlich nicht so gut ankommen wird bei der Community oder aber sie schaffen es, es ist ihnen erlaubt, muss man da fast schon sagen, den Weg zu gehen, dass man sich nun genug Zeit für die nächste Erweiterung nimmt und daraus von mir aus ein Legion 2.0 macht, auch wenn das für uns Spieler eben halt bedeutet, dass man darauf eine lange Zeit warten muss. Ich würde es mir sehr wünschen, dass sie diesen zweiten Weg gehen, dass sie das machen dürfen, mit Erlaubnis von der Chefetage und der Finanzabteilung. Ich bin aber äußerst skeptisch und gehe eher, oder ich stelle mich eher darauf ein, dass sie den ersten Weg gehen werden und dass das nächste Addon entweder wieder zu früh erscheint, weil sie nicht genug Zeit hatten, oder sie zumindest so schlau sind und nicht zu viel reinpacken und das, was sie reinpacken, dafür aber dann halt gut wird, mit der möglichen Resonanz der Community, dass es zu wenig zu tun gibt, weil es halt zu wenige interessante Inhalte und Features bietet. Doch gehen wir mal weg von der ganzen Zeitthematik und denken auch mal darüber nach, was überhaupt gemacht werden muss, damit das Addon gut wird, denn ich glaube, nur Features oder viele Features und viel Content zu bieten, das nützt WoW auch nicht mehr ganz so viel, um bei der Community wieder eine positive Stimmung zu erzeugen. Es muss sich halt vor allem grundlegend etwas ändern. Was genau, darüber könnte ich jetzt wahrscheinlich zwei Stunden erzählen. Ich habe das auch schon in den letzten paar Terran Talks, denke ich, sehr oft gemacht, was mich persönlich alles an WoW zum Beispiel aktuell stört. Der wichtigste Punkt hierbei ist aber vor allem, dass sie endlich eine klare Linie gehen sollten. Sie müssen sich entscheiden, was sie mit WoW anstellen möchten. Möchten sie ein MMORPG anbieten oder möchten sie nur ein instanziertes E-Sport-like-Game-Min-Maxing-Ding anbieten? Schaut man sich an, was so in Zukunft alles auf den Markt kommt, was ich ja vorhin schon teilweise erwähnt habe, sieht man eben, dass MMORPGs, wie man sie eigentlich mal kannte, ja immer noch sehr gefragt sind. Natürlich müssen sie modern sein. Sie müssen den heutigen Spielern angemessen Content bieten können, ohne dass man da viel Zeit rein investieren muss, so dass man das auch spielen kann, wenn man einen Job hat, wenn man eine Familie hat, etc. Und das geht auch, wie man an einigen guten Beispielen erkennen kann. Fokus auf die Spielwelt, Fokus auf die Charaktere, die man spielt, Fokus auf die Story, weniger Fokus auf viele kleine Systeme, die total kompliziert werden, weil man versuchen möchte, es jedem Spieler recht zu machen. Und vor allem auch den Fokus auf langlebiges Gameplay setzen, nicht immer nur Sachen reinhauen, die nur für ein paar Monate interessant und relevant sind, die man danach aber wieder für immer vergisst, weil sie halt keinen Nutzen mehr bringen. Ich hatte es ja auch schon mal in einem anderen Tavern Talk erwähnt, ich frage mich auch, wo sie storytechnisch nach Shadowlands hingehen, da das ganze Kosmos-Thema offenbar nicht ganz so gut bei den Leuten ankommt, weil es halt sich sehr weit von den Basics von WoW entfernt. Das ist fast schon wirklich jetzt ein anderes Spiel, weil es nicht mehr um das Grundlegende geht, worum es sonst immer in WoW ging, nämlich um Allianz und Horde, um die Völker, die auf Azeroth leben, um Azeroth selbst. Geht es weiter mit der Reise durch den Kosmos, besuchen wir demnächst das Lichtreich, besuchen wir das Lebensreich, was glaube ich immer noch was anderes ist, als die Realität, in der wir quasi leben, also die Welt der Sterblichen. Die ganzen Anspielungen auf das Licht und auf das Leben in Shadowlands sind klar erkennbar und können eben halt das Anzeichen dafür sein, dass wir bald eine dieser beiden kosmischen Kräfte genauer unter die Lupe nehmen, so wie es in BFA halt sehr oft und sehr stark um die kosmische Kraft des Todes ging. Oder gehen wir zurück nach Azeroth, wo es dann zwar auch weiterhin um diese kosmischen Kräfte geht, die aber eventuell nun Einfluss auf Azeroth selbst nehmen, je nachdem, was auch am Ende von Shadowlands mit dem Kerkermeister passiert, wenn er aus den Schatten landen, mit dem Wissen aus dem Grabmal der Ersten herauskommt. Wie gesagt, man kann viel spekulieren und viel hoffen, die Antwort bekommen wir dann sehr wahrscheinlich auf der BlizzConline 2022. Am Ende des Videos möchte ich jetzt natürlich auch nochmal ganz kurz etwas erwähnen, was sehr aktuell ist. Es geht dabei natürlich um die Klage vom Staat Kalifornien gegen Activision Blizzard aufgrund der sexuellen Belästigung und Diskriminierung von Frauen im Unternehmen. Das schlägt natürlich aktuell auch sehr stark in die Zeitpläne mit hinein von Blizzard selbst. Nicht nur, was die Entwicklung von WoW angeht, sehr wahrscheinlich auch, was Overwatch 2 angeht, was Diablo 4 angeht und noch diverse andere geheime Projekte, von denen wir bisher nichts wissen. Ich gehe aber tatsächlich nicht davon aus, dass es da jetzt sehr lange große Streiks und Arbeitsniederlegungen und was weiß ich geben wird. Aktuell ist das ein sehr brennendes Thema, was auch sehr wichtig ist, um eventuell sogar etwas zu bewirken, dass es endlich mal großflächige Änderungen vor allem in der Spieleindustrie gibt, was die Anerkennung von Frauen in diesem Berufszweig angeht. Es ist nicht so, dass bei Blizzard aktuell jeder Mitarbeiter denkt, oh mein Gott, ich muss raus aus diesem Saftladen. Es gibt nun ein offizielles Statement auch vom WoW-Team, welches, so wie ich es aufgefasst habe, sehr stark kommuniziert, dass man eben halt weiter versuchen möchte, das Unternehmen zu verbessern, dass man nicht WoW an den Nagel hängen möchte, nur weil das jetzt passiert ist, also nur in Anführungsstrichen, sondern man versucht, aus der Situation jetzt das Beste zu machen, um zu der Arbeit zurückzukehren, die man liebt und wofür man bei Blizzard angestellt ist. Natürlich kann es passieren, dass hier und da noch ein paar prominente Köpfe rollen, auch bei Blizzard, nicht nur bei Activision, was dann auch dazu führen könnte, dass es Verzögerungen gibt, weil sich die Teams neu organisieren müssen. Aber das spielt auch alles mit in diese Thematik rein, dass der Zeitplan sowieso schon komplett kaputt ist vom WoW-Team und das macht den Braten jetzt wahrscheinlich auch nicht noch fetter, als er es sowieso schon ist. Es muss dann infolgedessen einfach die klare Entscheidung getroffen werden, dass man mehr Ressourcen für die Entwicklung des nächsten WoW-Addons benötigt, um das zu einem guten Produkt werden zu lassen, was bitter nötig ist, denn einen dritten Fauxpas, den kann sich Blizzard nicht mehr leisten. WoW wird auch dadurch nicht sterben. Es wird wahrscheinlich immer sehr viele WoW-Spieler geben, die das Spiel am Laufen halten. Doch mit jedem nicht gut gelungenen Add-on verliert das ganze Projekt WoW immer mehr von seiner Seele. Somit sind wir am Ende dieses Tavern Talks angekommen. Ich sage danke fürs Zuhören. Gerne eure Meinung dazu unten in die Kommentare. Wir hören uns demnächst wieder. Tschüssi!